Hallöchen, Hallöchen, da sind wir wieder. Ja, leider müssen wir wieder von vorne anfangen, was mich so nervt. Eigentlich wieder Vorteile. Wir können dann wieder mehr lernen. So. Mach mal das Ding. Giftbeständigkeit. So, da haben wir gut gelernt. Dann sehen wir, ob wir jetzt eigentlich durchkommen. Ich hoffe, dass wir eigentlich relativ schneller durchkommen. Wenn man da jetzt so schön ist. Hm. Noch mal 22 Schuss. Ich bin lieber die mit. Hm. Ja, Akku brauche ich jetzt auch nicht mitnehmen. Aber Verband ständig. Wir haben die bessere Waffe, also haben wir Nahkampf. Was haben wir Nahkampf? Messer. Perfekt. Okay. Na gut. Wir versuchen den neuen Start. Wir sind ja eigentlich ganz gut dabei. Auch von der Welle, ja. Wir kommen ja auch jetzt mittlerweile auch immer schneller voran. Gerade Nahkampf mäßig und so. schon sehr nice. Die Tore bleiben offen. Wir haben noch ein bisschen schlechter Start gehabt. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Wir haben eine Kiste hier. Die nehmen wir definitiv mit. Was haben wir hier? Ja. Was haben wir hier? Ja. Vielleicht noch was kaufen sollen. Nee. Nee. Shit. Fuck. Ah, wieder vergessen nachzuladen. Ah, fuck. Da war es doch mit meinen 22, äh. Ja, alles klar. Direkt wieder in die Sporen. Direkt wieder ein schlechter Start hier. Ach, hasse ich das doch früher. Oh, Munition erstmal aufladen. Mal läuft es gut, mal läuft es scheiße. Das ist ein bisschen sehr nervig. So. Eigentlich nur den Kanister haben. Wir müssen auch direkt weiter reisen können, ohne dass wir viel verbrauchen. Wir müssen halt nur gucken auch, dass wir halt direkt gute Waffen kriegen irgendwie. Und genug Munition. Ein Tor kriegt man seit Glück ja zwei Kanister, wenn ich weiß. Wir gehen erstmal hier runter. Ja, alles klar. Wir gehen hier rein. Auch wieder ein Zombie. Aber gut, wir kommen ja relativ sehr gut durch jetzt. Teil Rest ist auch mal gut. Akku. Noch besser. Da kommt Werfel. Geil. Wir haben jetzt hier nichts mehr großartig. Verbände. Da hab ich mal einen Scheiß. Da hab ich mal einen Scheiß. Ich muss eigentlich laufen, ne? Was hab ich denn mit? Na, vielleicht kann ich ja auch die Sachen so herstellen. Ich kann mal leider nicht. Schade. Wäre sehr nice gewesen. Was sagen wir? Wieso kann ich das nicht durchsuchen? Früherstelle. Da ist noch was zum Durchsuchen. Cool. Hallo. Ich will jetzt ungern jetzt so die Zombie-Massen reinlatschen. Die Zonen sind voll. Sind die auch aus Fenstern? Ne, schade. Ja. Ich glaub, da drüben muss man nicht hin. Hm. Sehr, sehr schwer. Ich muss jetzt vorbeischleichen. Ich find das schon sehr gut gemacht, dass man die Zwischenstipps machen muss. Definitiv. Wie viel haben wir hier? Zwei. Warte, ich kann so nah an den ran? Die ist ein großer. Da muss ich weg. Das ist abfacken. Scheiße, ich hätte gucken müssen wegen einer Nahkampfwaffe. Fuck, da ist auch alles wieder voll. Ja, fuck. Werde ich jetzt verlieren definitiv. Weil ich keine Waffen habe. Weil ich keine Waffen habe. Warte knapp. Hallo, ich schieße auf dich, du Trollel. Oh, eine Nahkampfwaffe. Oh, wir haben eine Nahkampfwaffe. Ich fernkampf. Na, Kampf. Oh, wir haben eine Nahkampfwaffe. Ich fernkampf. Na, Kampf. Kommt die zu uns auch mal gut. Ich darf mal gucken, ob ich mich schon wieder heile. Gucken wir uns doch mal heilen hier. Ich kann mich, glaube ich, nicht festlegen, dass ich mich auf Schusswaffen konzentriere. Immer nur auf Nahkampf. So, jetzt sind wir auch mal wieder gut geheilt. Jetzt brauchen wir immer noch Treibstoff. Jetzt runter. Ich hau mal. Runter. Danke. Ah, hier sollte ich wieder Waffe nehmen. Wir brauchen wieder Ewigkeiten, um nachzuladen, ne, du Trollel. Was ist denn? Haben wir nur sieben. Hier bringt mir eigentlich gar nichts. Was ist das? Ich habe durch ein Drehen von Türen. Boah, jetzt nicht unbedingt. Jetzt auch nicht. Ach, nehmen wir das. Das ist ja egal. Gibt mal ein bisschen mehr. Oh, finde ich gut eigentlich. Gibt gerne mit. Können wir hier irgendwas bauen? Können wir hier irgendwas bauen? Ja, definitiv. Gibt mich gerne mit. Gut. Ich liebe ja auch irgendwie ins Nahkampf zu gehen. So, sonst haben wir hier eigentlich nichts. Benzin haben wir. So, dann ab zum Auto. Mein Auto. Zwei. Okay. Guck mal hier oben. Einkaufsstraße. Unsere Lieblingsstraße. Ab zum Einkaufen. So, einen haben wir noch. Aber wir brauchen ja mehr. Okay, da ist eine Tasche. Die brauchen wir jetzt aber nicht. Wir brauchen einfach erstmal nur Benzin. Und irgendwie. Gibt man nur eine Dings. Dann nehmen wir das mal am besten. Das machen wir dann mit. Dann gehen wir da auf. Ach komm her. Nix und Karnickel Fangschloch. Nix und Karnickel Fangschloch. Nix und Karnickel Fangschloch. Nix und Karnickel. Was ist denn da hinten? Alles hier oder was? Das ist mal was zum Dach suchen. Cool. Nimm ich gerne. Schau mal hier. Medizin. Herz-Tabletten. Naja. Naja. Alles weg. Brauchen wir da ja nicht. So, was haben wir denn hier jetzt noch? Da. Der Flash. Ach so. Brauchen wir auch nicht unbedingt. Oh Gott. Guck dir den fest. Er kommt raus. Sehr gut. Oh, der ist wieder aufgestanden. Sorry. Ist gleich dran. Ich werde mich wegbringen. Danke. So. Was haben wir denn hier noch so? Naja. Außer du Tommy. Das ist nicht mit Dosen. Akku nicht immer gern mit. Das ist leer. Alles leer. Nicht das Durchbruch. Alles leer. Nicht das Durchbruch. Was? Das ist schon kurz vor. Fuck. Damit habe ich das nicht gerechnet. Boah. Verwenden bitte. Hä? Ach so. Du musst auch erstmal auf die Tasche gehen. auch ganz schön fünf neben verloren sie verbindet dann gucken wir mal wo der bin sie kann es sein ach der ist da oben mal hier auskommt ein bisschen leveln auch noch stärker werden ein schlag von denen ist auch mittlerweile so viel schon sehr hart scheiß ziegel mitgenommen ich habe keinen ausdauer das ist ein schönes gut und du kannst wenig sind auch wieder schießen noch mal hier erstellen war so das ist ja den sollten uns herstellen hoffen wir mal dass die Aufsätze verwendet deswegen ist es nicht mal ganz so laut das ist besser dann das ist ein teig boah mal hier ist noch eine kiste können wir gleich noch mitnehmen wie konntest du mich jetzt treffen denn Vogel da muss die kiste die neuen mit weil wir jetzt doch irgendwie sterben können wir doch besser ich schließe ich habe es schon so wie es aussieht nochmal 3 nochmal 3 perfekt könnten wir eigentlich auch wieder weiter fahren hier doch schon fährt lassen wir diesen tiefen mit die tiefen man da schlopfen jetzt sind wir hier das heimittel denn ziemlich gut ist auch nicht immer genug jetzt haben wir 5 da brauchen wir nicht kochen könnte ich mal gucken mal gucken was haben wir zum kochen hier in der Osterflasche Osterflasche Oster wir haben gesehen ob die uns das bringt probieren wir mal mal gucken was ist das für uns Flasche ich verwende ich verwende das ist sehr nice sehr nice wenigstens machen und wir kommen nicht weit so was haben wir hier noch zum immer gut auch mal gut sonst nix doch noch mal was tun was haben wir hier ausdauer beim eintreten der türen ja ob uns das was bringt über das das ist immer noch genau das was machen können wir können wir können noch mal ein bisschen ausprobieren ein bisschen hohe ach scheiße mal wieder die falsche taste hier ausdauer 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 genau hier noch hier noch ein bisschen alkohol flammen ach ein bisschen weiter hier kann man nichts machen ich weiß ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht was das sind eine mischung aus pflanzen nachdem ich bin schon gespannt aber aus 10 prozent nicht schlecht nur gut ist eigentlich auch ein ganz gutes ende hier wir haben wieder was neues gefunden und sagen wir uns gefallen hat bis zum ja